Hallo und Willkommen bei Campus Motum. Heute wird der Kreislauf aktiviert. Tobias hat mich schon fertig gemacht, jetzt bin ich schon müde und jetzt geht es los. So, aufstehen, gehen wir ein bisschen in die Ocke gleich, zack, fangen wir ein bisschen durchklopfen, den ersten Körper gleich, zack, und jetzt kommt es schon dazu. Einfach mal den ersten Körper ein bisschen durchklopfen, dass wir den Motor werden. Okay, geht so. So, und die andere Seite, durchklopfen, zack. Du musst den Körperklopfen auf die Schultern klopfen, das haben wir gut gemacht. So, passt, jetzt schauen wir, Hände zusammenklopfen, und geht schon. Zehn Kniebeugen gemeinsam, und hoppa, und eins, zwei, drei, na, Zähne, wollen wir wirklich Zähne machen, geht noch, hopp, mitmachen, wird schon. Geht, und, und bleiben wir unten. Unten bleiben, unten bleiben, Bauchspannen, die Hände gehen wir nach vorne, dann schauen wir richtig nach oben strecken, Bauchspannen, Bauchspannen, wenn es im Kreuz wird, können wir uns ein bisschen mehr aufrichten, und geht noch. So, fünf, vier, drei, zwei, eins, und Pause. Locker lassen, einfach noch so rechts, links schwingen, wir spannen den Unterbauch an, und lassen die Hände schön schlankern. schlankern lassen, durchatmen, ja, genau. Schön mitmachen, geht so. Jawohl, und richtig, zack, drehen, und wenn es geht, wenn es weh tut, ein bisschen weniger schnell drehen, zack, und basta. Gut. Jetzt schauen wir einen Schritt ab, ein bisschen hinter gehen, und dann am Anfang ein bisschen tiefeln. Und mit den Füßen rechts, links, und geht, zack, 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 und geht, und wieder groß aufrichten, richtig groß machen, durchschnaufen und dann schauen wir, dass wir irgendwo ein Glas Wasser herkriegen, okay? Zapp, 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 kluck ein Wasser trinken, richtig, geht's gut, habt 10 Sekunden für Wasser trinken, klatscht schnell in die Küche, was soll, sehr gut, einmal noch abklopfen, oberschöne, innerseite, außenseite, Gesäß, Bauch, Brustkorb, Gesicht, geht, passt gut, einmal groß machen, oben am Kopf reiben, hinten ein bisschen durchgreiben, vorne klopfen, geht schon, und dann gehen wir schon in die Koalitionsübung rüber, oben kreisen, richtig schön und die Versucht auch, vorne klopfen, geht, und Seitenwechsel, oben kreisen, vorne klopfen, passt, durchschwingen, gehen wir einen Schritt vom Tisch weg, und dann geht noch schwingen, zapp, in die Hocke, jawohl, durchschwingen, zack, und jetzt schaut, dass das Fenster noch ein bisschen aufmacht, noch ein bisschen durchatmen, richtig frische Luft einatmen, wenn es geht, und dann geht es euch noch ein bisschen entspannen, 2-3 Minuten, und dann geht es wieder weiter. Ich bin euer Coach und Physiotherapeut von Korpusmotum, und ich freue mich, wenn ihr erstens einmal den Kanal da abonniert, einen Daumen nach oben geht, wenn es gepasst hat, und sonst bis zum nächsten Mal, wenn ihr irgendwelche Themen haben wollt, schreibt es uns unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.